Meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video. Einige von euch haben vor kurzem, gerade mal keine zwei Wochen wird es her sein, das Video darüber gesehen, dass die Staatstrojaner kommen sollen. Staatstrojaner bedeutet, dass verschiedene Behörden in Deutschland die Möglichkeit bekommen und die Erlaubnis bekommen, so ist es richtig gesagt, Geräte zu hacken durch einen Staatstrojaner, durch so ein trojanisches Pferd, daher kommt das Ganze ja von Trojaner, um Zugriff auf unsere Chats, auf unsere Daten und so weiter und so fort zu bekommen. So, und das wurde jetzt in Teilen nicht ganz durchgeführt, beziehungsweise bestätigt im Bundesrat. Denn der Lukas Köhler von der FDP, der klimapolitische Sprecher ist das der FDP im Bundestag, der schreibt nämlich bei Twitter, Zitat, FDP hat Staatstrojaner im Bundesrat gestoppt. Und das ist nun nicht ganz so richtig, denn was gestoppt wurde, war der Einsatz für die Bundespolizei. Der ist gestoppt, das ist richtig, das hat wirklich die FDP mit sich auf die Fahne zu schreiben, das haben sie hingekriegt. Allerdings dürfen Verfassungsschutzbehörden in Deutschland, und das sind in der Zahl 19 Nachrichtendienste, die das dürfen. So betitelt der Spiegel, Zitat, Bundesrat stoppt Staatsstrojaner für die Bundespolizei. In der Länderkammer gab es keine Mehrheit für das neue Bundespolizeigesetz und damit auch nicht für die Befugnisse, Geräte zu hacken, um Verschlüsselung zu umgehen. Jetzt kommt, die Formulierung ist geil, nur die 19 Nachrichtendienste bekommen die Möglichkeit. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken, wisst ihr? Ja gut, wenn das nur 19 Nachrichtendienste in Deutschland sind, die das jetzt dürfen, dann ist ja alles in Ordnung. Dann sind wir noch nicht hier bei 1984 von George Orwell angekommen, oder was soll das jetzt heißen? Also das kannst du dir nicht mehr ausdenken, es ist einfach nur schrecklich, was hier passiert. Wieder ein Stück Freiheit, was verloren geht. Und klar, jetzt kommen wieder die Revoluzzer da aus der Ecke und schreien, ja Olli, wenn du nichts verheimlichen hast, dann lass doch mitlesen. Ja sorry, aber wen geht das was an, was ich schreibe, ohne einen richtigen Verdacht oder ähnliches? Oder von mir aus auch mit einem Verdacht, aber sie drehen es sich hin, wie sie es haben wollen und so weiter. Und der böse Olli, der dann kritische Videos macht, der wird dann auch überwacht. Läuft es darauf hinaus, weil ich wie in 1984 eine andere Meinung habe, als der große Bruder, die große Mutti quasi. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken und dass eine FDP dann, ich sag mal so eine Halbwahrheit hier bei Twitter verkündet, finde ich auch nicht gerade angemessen für diese Partei. In diesem Sinne, schreibt eure Meinung unten rein, bis zum nächsten und ciao.